Hallo lieber Happy-and-Fit-User, das ist dir bestimmt auch schon passiert. Auf der Suche nach einer Diät bist du bei einer Wunder-Diät gelandet, die dir unheimlich viel versprochen hat. Aber es war letztendlich kein guter Weg, denn du bist in die Falle hineingelaufen. Oft ist es einhergegangen mit Verzicht auf leckere Lebensmittel, mit relativ wenig Kalorien und der Effekt war doch meistens nach einiger Zeit wieder weg. Und in der Regel ist es sogar so gewesen, dass dann der Jojo-Effekt umso intensiver zugeschlagen hat und die Waage noch weiter nach rechts letztendlich sich bewegt hat. Zahlreiche Zuschriften und Bitten erreichen mich genau zu diesem Thema, ob ich nicht mehr ein Video machen kann rund um diese sogenannten Wunder-Diäten und wie man am besten einen neuen Weg einschlägt. Da habe ich mir natürlich überlegt, was kannst du tun, wie kannst du das überhaupt machen, um es wirklich maximal individualisiert, persönlich und auf meine User zugeschnitten, wie kann man das überhaupt tun. Und da ist mir das Quiz eingefallen. Ich habe also ein Quiz zusammengestellt, was genau eure Bedürfnisse relativ intensiv und sehr hoch individuell trifft. Den Link zum Quiz findest du unten in der Beschreibung. Und daran wirst du auch feststellen können, was dein persönlicher, individueller Nummer 1 Grund war, warum es immer bei dir so schief gegangen ist. Es gibt unheimlich viele, vielfältige Gründe, warum die klassischen Diäten mit ihren Hinweisen, Verzichten und Vorschlägen scheitern. Genau diesen Weg wollen wir eben nicht einschlagen. Du wirst zum Beispiel feststellen können, dass der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel niemals der richtige Weg ist. Er hat nicht nur die Lebensqualität beeinträchtigt, sondern die Erfolge auch so stark minimiert, dass danach nicht nur die Funde wieder auf der Hüfte gelandet sind, sondern du auch meistens sogar noch mehr darauf letztendlich auf der Waage wiedergefunden hast. Also gehen wir gemeinsam einen neuen Weg, der nur individuell zu dir passt.